Schnell mal eben gemacht. Hey, äh, ist da Delson Rowe? Ja, wer ist dran? Weißt du, ich bin nur ein Riesenfan deiner Arbeit. Dein Tag auf der Space Needle. Ihr könnt mich alle mal, ja? Ich verstehe das alles total. Diese Macht in machtlosen Sache. Und ich will helfen. Okay, wenn du helfen willst, hilf mir einen entflohenen Conduit zu finden, der sich im Lantern District rumtreibt. Oh, warum suchst du ihn? Oder sie? Ich will ihm bloß die Hand schütteln. Oder ihr. Okay, also, äh, ich hab gehört, dass DOP will alle gefangenen potenziellen Conduits zu dem Sammellager im Downtown bringen. Der Konvoi soll mitten durch den Lantern District fahren über die I-90-Überführung. Okay, weißt du zufällig, ob jemand von denen wirklich Kräfte besitzt? Oh, ja, ja, absolut. Auf jeden Fall. Ja! Ah. Hey, danke. Ähm, sorry, wie heißt du nochmal? Ähm, ich bin Eugene. Ein blöder Name, ich weiß. Hey, meine Mutter hatte Delson aus einem alten Western. Ein Cowboy. Habe ich den Obdachlosen jetzt dir in Feuer geklaut, ist du mir voll leid? Oh, äh. Der wollte sich ergeben, glaube ich. Naja, zu spät. Hey, Eugene, ich glaube, das Einfachste wäre, die Straße ein bisschen absacken zu lassen, ihn den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Ähm, du könntest sie einfach sprengen? Nein. Dabei könnte der Conduit, den ich suche, draufgehen. Ich kappe bloß die Träger und durch das Gewicht der Laster senkt sie sich. Zack! Straße gesperrt. Okay, oh Mann, darum bin ich so ein Fan. Ich wünschte, ich könnte das sehen. Na, dann komm und sieh zu, Mann. Aber aus sicherer Distanz, denn wenn wir Conduits loslegen, haltet ihr Sterblichen lieber Abstand. Klar, klar. Ähm, ich glaube, ich bleib dann doch lieber zu Hause. Ich sag Bescheid, wenn ich was Neues über den Konvoi rausfinde. Ja, ich drücke auf dem Touchpad. So. Was soll das denn jetzt? Verschwindet. So. So. Eugene, wann soll der Konvoi hier auftauchen? Ähm, heute Abend? Ich weiß es nicht genau. Ist du noch an der Überführung? Ja, bin ich. Ich freunde mich gerade mit den Einheimischen an. Da oben ist aber gar kein Verkehr, Mann. Ja, weil die D.U.P.s die Überführung für die Zivilisten gesperrt haben. Bist du schon fertig mit den Trägern? Ja, alles bereit. Ich gehe jetzt rauf und mache mich bereit für ein kleines Spielchen mit den D.U.P.s. Scheiße. Verdammt. Trottel. Ey, Eugene, red mit mir, Mann. Wonach suche ich in dem Konvoi? Äh, keine Ahnung. Ich meine, die transportieren viele Gefangene. Also, vielleicht nach Busen. Wow! Was war das? Wow, was war das? Hubschrauber. Ein ganzer Schwarm. Aber ich glaube, in den Nebel sehen die mich nicht. Wollen wir es hoffen? Wollen wir hoffen, dass sie es nicht kommen sehen, dass sie sterben? Schau, schau, jetzt eure Gefangenen frei, dann machen wir hier Schluss. Ja, stimmt. Sterben müsst ihr ja gar nicht. Hey, ich habe einen erwischt. Ich weiß nicht wie, aber ich habe einen. Oh, schnell weg hier. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Wow! Ihr wolltet mich hier... Oh! Warte mal, kann ich hier Rauche ziehen? Müsste es doch gehen. Müsste es doch gehen. Das kann doch wohl nicht Das kann nicht angehen Ah Da ist er, auf dem Kontrollpunkt Achso Kurz nochmal zurückziehen Wie Feind exekutiert Wo denn? Wen denn? Was denn? Boah Leute Ergibst du dich? Das ist besser Ähm Eugene, Mann Die Busse sind längst weg Weißt du vielleicht, wo sie hin sind? Keine Ahnung Der Funkverkehr ist totales Chaos Ich verstehe nicht, wohin sie wollen Warte Du hast dich in den DUP-Funk eingeklingt? Wie hast du das geschafft? Nur eine App, mit der ich rumgebastelt habe Hier Ich schicke dir den Link Okay Hab ihn Also Was macht die? Sie ortet Signale Man kann den DUP-Funkverkehr belauschen Aber das Coole ist Man kann auch die Richtung bestimmen Aus der das Signal kommt Oh Mann Das Ding muss ich unbedingt ausprobieren Okay Dann ab nach oben Wir sind in einen Hinterhalt geraten Das war Rau Wir flohen mit unserer Fracht Von den anderen haben wir aber nicht mehr gehört Hey Eugene Ich empfange was Sag ich doch Ähm Ja, das war natürlich dann nicht so schlau jetzt Also wieder nach oben Komm schon Keine Ahnung wie viele Tote wir haben Ich wette was immer das auch war Es ist noch da oben Das habe ich noch nie gesehen Das Ding schwerer Verstärkung schicken Oh Mann So Ich schätze mal hier hinten irgendwo Die Richtung Da vorne Oh shit Oh shit Ich bin gleich schon wieder tot Warum Warum schlägt er manchmal irgendwo hin wo er gar nicht hinschlagen soll Da zum Beispiel Er schlägt einfach voll ins leere Was los mit dir Oh Gott Überall warten sie schon auf mich Ja ist doch klar Ich weiß ja Bescheid hier Dich juckt es natürlich nicht Dich juckt es nicht So Warum sterben die denn nicht wenn die umfallen alter Nein Ich sterbe 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 Ich dachte da könnte ich Rauch entziehen aber das ging nicht Da kann ich immer hier am Auto Haben wir es jetzt Haben wir es jetzt Haben wir es jetzt Ja Leer? Jemand muss vor mir hier gewesen sein Ach du Kacke Jo Jungs ist okay Das ist okay Ist okay Ist okay Okay alter Warum ist das Spiel so fucking schwer teilweise Ohne Witz Warum nich Ich bin Gte Ich bin